Servus Leute, da bin ich ja schon wieder. Zurück bei Star Trek. Oh, 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 oh. Aua, aua, aua. So. Da hängen die gerade so ein bisschen umher. Great. Sehr schön, wieder ein paar Echsen gegrillt. Awww Scotti, prepare torpedoes, fire on my mark Love you, Captain, but I can't see a thing down there I'm gonna need a little help Then we'll paint you a target Aye, sir Mr. Scott, need I remind you that the situation is critical Time is of the essence Fire now! Whoa Crazy shit Das macht fun, muss ich sagen Äh Kann ich die jetzt nicht irgendwie Boah, scheiße Brauche andere Deckung Haben wir keinen Luftschlag mehr? Verdammt Captain, the interference is clearing up I've got a lock on ya That means they are leaving the planet with the Helios device Scotty, energize Come, John Oh Full power, Mr. Sulu We need to disable that ship Aye, sir Captain, the enemy ships are almost in range Lieutenant Uhura, open hailing frequencies No response, sir I don't feel like talking anyway Okay What, 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 what? Fire Huh, I see the thing ja gar nicht Da ist einer Aha Und der ist Ah Ah Pum, 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 pum Crazy Oh, oh Wow Feuer Aua, aua, aua Was, 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 was? Wow Ist noch irgendwo so ein Kackjäger Pam Torpedo 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 Ok Huh? Aua! Feuer! Aua! 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 Captain, the enemy ships have resumed their course towards the Rip. With the attack fighters destroyed, we should easily overtake the remaining vessel, Captain. Old your fire, Sulu take it to full impulse and bring us within the transportor range. Oh, hurra, Heldelied-Ship. Tell them, they're about to be boarded. Huh. I said, hold your fire. Captain, it wasn't us. If I didn't know any better, I'd say they were firing on their own ships. They're creating a debris field with their own people. In Torpedo-Range, sir. Target their engines. Just want that ship disabled. There's too much debris. We can't line up the shot. Then you'll have to do it manually. This should be interesting. Oh, wow. Wow. Ah, scheiße. Okay, man muss den Torpedo steuern. Alles klar. Ja, erneut versuchen. Schon. Boom. Wow, das ist nur... Wow. Alter Schwede. Ah. Wow. Ja. Huh. Das hat nicht gezählt. Man, das war ganz chilly, vanillie. Okay. Hier so durch. Ja. Ja. Kommt gut, kommt gut, kommt gut. Ja. Ja. Komm. Feuert mal aus allen Drohren. Bam. So zeigt man's den Aliens. Hell yeah. Oh, yeah. Ohura, get me Starfleet Command. Sulu set a pursuit course. We're going after them? Full impulse power, Sulu. Aye, aye, sir. Jim, sickbay is overflowing. We need to get these people to the nearest starbase immediately. Sir, the RIP is interfering with communications. I can't hail command. Wait. So, your plan is to go through a compressing tear in the fabric of space. To chase a vicious alien race that we don't know anything about. Except they now have a doomsday device. And we can't even call for backup? Perhaps the doctor is right. If we were to follow our pursuit, start the... The doctor is nie right. Entering the RIP in two minutes, Captain. We really don't even know what's on the other side, Jim. Wir fliegen rein. Power down, Mr. Sulu. Commodore Daniels operates a starbase nearby. He could offer additional support. Daniels? Really? Kind of hate that guy. Pff. While I agree with your assessment of his character, Captain, he may be our only option. Tomorrow we will get your father back, I promise. I appreciate your compassion, Captain. But we must focus our energies on retrieving the Helium. if the Gorin learned to harness its power. That isn't going to happen. This is the Vulcan, yeah. Immer logisch. Boom. Sulu, pilot the Enterprise back to the new Vulcan. Search for any other survivors and bring them back to this base as soon as you can. Aye, aye, sir. Lieutenant, energize. We need to observe quarantine procedures. We have no idea what we're dealing with here. Okay. Jim, you should probably stay clear of the injured, just to be sure. Got it. Hello, Pille. So you can find out about the infection. We'll go talk to Daniels. Put him over there. You see's not very healthy, huh? Medbay come in, requesting additional resources and transport. Guten Tag. Ich hätte gern ein Doppelzimmer für mich und meine Verlobte. Nein? Alles ist ausgebucht. Verdammt. Das gefällt mir nicht. Ernsthaft? Toll. Wir wollen unsere Waffen abgeben. Äh. Da muss ich rein. Geh rein, oder was? Würde ich ja gerne mitnehmen. Haha. 100 Punkte. Ja. Wie lege ich das jetzt ab? Halt, da war was. Halt, da war ich ja gerne mitnehmen. Hallo? Jetzt? Na? Ach. So. Jetzt aber. Bringt mich zu eurem Anführer. Kommodor. Kommodor. Ich wollte nur wissen, was ich etwas passiert. Was etwas passiert? Herr? Ich glaube, du bist hier, weil die Maschine ein Barsch. Was etwas passiert? Wir wurden. Wir haben mich. Ich habe meinen Vater. Dann funktioniert. Kommodor, mit all due respect. Was ist hier passiert? Nicht wie Sie, Herr Kirk, ich habe mir nicht gewohnt, weil mein Vater in einem heróiischen Blatt-Glorien sterben. Einige von uns müssen wir unsere Weg in der Leben verdienen. Die Menschen sterben dort. Ich bin sicher, dass die Geschichte ein Zeichen des Sieges. Kommodor, Sie wissen, dass das Helios-Helios in die Hand fallen. Wenn die Gorn lernen, um ihre Kraft zu verabschieden, werden sie aber nicht verabschieden. Das ist nicht da, wo Sie zwei kommen? Sir? Sie zwei sollten sich die Helios sein. Starfleet's Rising Stars, oder so, ich habe irgendwo geschrieben. Wenn das wirklich so ist, würde ich sagen, dass Sie diese Maschine zurückkommen, bevor es noch mehr gibt. Was habe ich gemacht? Was hast du gemacht, Tamar? Was hast du gemacht, Tamar? Das hilft, eine Maschine, die die Zukunft der Starfleet wird. Wait. Du kennst das? Tamar. Spock, du musst mir glauben. Ich habe das gemacht, um unsere Menschen zu schützen. Oh-oh. Oh-oh. Du sagst es, Kirky, du sagst es. Kapitän, ich bin kennengelernt mit dieser Starbase. Ich kann dich nach der Kommunikationsbay auf dem upper Level. Okay, dann los. Aber, nicht mehr in dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet wieder ein, das heißt. Let's play Star Trek. Tschüss.